Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu Frag Lars. Mein Name ist Lars Bobauer und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja genau, und welches Tool brauche ich, um an den wirklich wichtigen Dingen dran zu bleiben? Ja genau, das ist das Navi fürs Leben. Und in dieser Frag Lars Folge, dann dreht sich alles um das Navi fürs Leben als Tool. Wir haben alle Fragen, die in den letzten Wochen oder ja sogar Monaten von euch eingegangen sind, gesammelt, geklustert und ich werde auf jede Frage hier einmal eingehen. Eine Sache vorab, solltet ihr Fragen an mich haben, zu allen Themen, die ich so behandle, Selbstmanagement, Fokus, aber natürlich auch fürs Navi fürs Leben, schreibt mir eine E-Mail an fraglars at larsbobacht.de oder hier in die Kommentare bei YouTube einfach unten reinschreiben mit dem Hashtag Frag Lars und ich werde in einer der nächsten Folgen einmal auf eure Fragen eingehen. So, es dreht sich alles ums Navi fürs Leben. Was ist das denn jetzt überhaupt? Diejenigen, die mir vielleicht noch nicht so lange folgen, die es noch nicht gehört haben, werden sich vielleicht fragen, Navi fürs Leben, was ist das denn? Und da möchte ich mal meine Tasse hier in Spür bringen. Hier seht ihr das, zumindest bei YouTube, dein Navi fürs Leben. Und das Navi fürs Leben ist ja so mein Signature-Workshop. Vor sieben Jahren habe ich ihn das erste Mal gegeben. Es gibt den als Präsenz, mittlerweile auch als Online-Kurs. Den findet ihr auf meiner Seite unter Angebote. Und da erstellt man ja so seine Lebensvision. Ja, man macht so eine Lebensplanung mit einem ganz klaren Fahrplan. Und das Navi fürs Leben, der Workshop, der bedient zwei der wichtigsten von den drei Kompetenzen, die ich in der Selbstführung brauche. Also wenn ich mich mit Selbstmanagement, Selbstführung beschäftige, gibt es ja drei Kompetenzen, die ich beherrschen sollte. Die erste Kompetenz ist Zielsetzung. Ich muss mir Ziele setzen. Die zweite Kompetenz ist Motivation. Also ich muss intrinsisch motiviert sein. Und die dritte Kompetenz im Selbstmanagement, die ist auch wichtig, ist die Organisation. Aber das Wichtigste im Selbstmanagement ist Zielsetzung und Motivation. Wenn ich keine Ziele habe und ich intrinsisch motiviert bin, dann hilft mir die beste Organisation nicht. Und das Navi fürs Leben, der Workshop, das Tool, das Vision Board, was hinterher rauskommt, wird, das sorgt genau dafür, dass ich mir die richtigen Ziele setze und dass ich intrinsisch motiviert bin, diese auch zu erreichen, weil ich mir einen ganz klaren Fahrplan erarbeite. Und genau das ist das Navi fürs Leben. Wie gesagt, als Online-Kurs gibt es das und als Präsenz-Workshop zweimal im Jahr. So, jetzt aber zu euren Fragen. Ich glaube, es ist jetzt klar geworden, was es ist. Und wenn ich jetzt die Fragen beantworte, dann wird es garantiert noch einmal noch klarer. Die erste Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, woher weiß ich, ob der Navi fürs Leben-Workshop der richtige Workshop für mich ist? Also, woher weiß ich, dass der mich weiterbringt? Sehr gute Frage und da gibt es eine ganz, ganz einfache Antwort. Wenn du dir dein Leben in zehn Jahren vorstellst, stell dir das dann einmal vor. Soll das da genauso sein wie jetzt? Oder möchtest du in zehn Jahren, dass sich definitiv etwas geändert hat? Wenn du sagst, es soll sich was ändern, hundert Prozent, es muss anders sein, dann ist der Navi fürs Leben-Workshop was für dich. Wenn du sagst, mein Leben in zehn Jahren, wenn das genauso ist wie jetzt, ich bin schicko damit, wie es jetzt zurzeit läuft, dann brauchst du kein Navi fürs Leben-Workshop. Aber wenn du sagst, es muss sich was geändert haben, ich möchte an den wichtigen Lebensbereichen arbeiten, ich habe Dinge, die im Argen sind, an die ich ran muss, dann ist der Navi fürs Leben-Workshop hundertprozentig was für dich. Weil da geht es darum, genau das umzusetzen, ins Handeln zu kommen und genau diese Dinge anzupacken, die im Leben gerade vielleicht nicht so rund laufen. Also, wie soll dein Leben in zehn Jahren aussehen? Anders als jetzt? Dann ist der Navi fürs Leben-Workshop was für dich. Wenn es genauso sein soll wie jetzt, dann kannst du gerne jetzt hier diese Folge abbrechen, weil dann ist der Navi fürs Leben-Workshop hundertprozentig nichts für dich. Wenn du immer noch unsicher bist, du kannst auf unserer Seite oder auf meiner Seite lasbobach.de direkt ein Beratungsgespräch ganz unverbindlich buchen. Dann nutzt die Möglichkeit, da kannst du nochmal alle deine Fragen loswerden und wir klopfen nochmal hundertprozentig ab, ob das Navi fürs Leben auch dein Tool sein könnte. So, dann die nächste Frage. Was macht den Navi fürs Leben-Workshop einzigartig? Ja, das Navi fürs Leben und auch der Navi fürs Leben-Workshop, der ist nicht irgendein Workshop, der ist wirklich lebensverändernd. Und das kriege ich immer wieder gespiegelt, dass die Leute da rausgehen und ihr Leben komplett umkrempeln. Also zumindest in den Bereichen, die ihn gerade wirklich richtig bedrücken. Und hinterher wirklich als neuer Mensch da rausgehen und die Dinge endlich anpacken, die sie schon die ganze Zeit stören. Das passiert. Und ich möchte gerne mal eine Kundenrezession vorlesen von Michael. Der hat mir nämlich hinterher mal was geschrieben. Der hat geschrieben, das Navi fürs Leben ist mehr als ein Seminar. Bei mir hat es echt gewirkt, wofür ich, Lars, von Herzen dankbar bin. Ich werde immer knarrer und bin immer noch geflasht. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und was es so besonders macht, ist, dass ich einzigartige Tools selbst erfunden habe, aber auch von anderen zusammengebastelt habe, mit den Tools, die ich selber entwickelt habe, wie das zum Beispiel mit den Lebenskonten. Und das zu so einem Lebens-Vision-Board zusammenbasteln und mit einem klaren Fahrplan. Und das ist sehr, sehr einzigartig. Und es ist hundertfach erprobt. Hunderte von Leuten sind da schon durchgegangen mit einem einzigartigen Erfolg. Und ganz wichtig noch, was es auch einzigartig macht, ich habe auch schon viele Workshops besucht. Und oftmals ist das ja so, dass man dann erst mal ganz viel Input bekommt und theoretisch aufgeladen wird. Man hinterher in der Umsetzung dann alleine irgendwie ist. Und das alleine umsetzen muss. Und das ist beim Navi fürs Leben Workshop überhaupt nicht so. Am Ende, gerade im Präsenz-Workshop, der drei Tage, also der läuft über zweieinhalb Tage, da hast du ein fertiges Navi fürs Leben. Du musst dahinter nicht nochmal irgendwie was, was du jetzt theoretisch gelernt hast, umsetzen, sondern es ist ein Umsetzungs-Workshop. Du hast hinterher ein Vision Board für dich erstellt und gehst raus mit einem fertigen Board. Kannst du natürlich hinterher immer nochmal anpassen. Sollte man natürlich auch immer wieder dranbleiben. Aber erst mal ist der Start geschafft. Weil dafür gehen wir ja raus und gehen einmal wirklich, ziehen uns komplett zurück. Und das ist eigentlich einzigartig an dem Workshop. Muss ich Unternehmer sein, um das Navi fürs Leben zu buchen? Nein. Nicht nur Unternehmer machen die. Ich habe ganz, ganz viele Führungskräfte, Angestellte, was auch immer da drin. Also um Gottes Willen, nein, der ist nicht nur für Unternehmer, ist für alle Menschen, die in ihrem Leben etwas verändern wollen und vielleicht auch etwas erreichen wollen. Ich kenne meine Ziele in manchen Lebensbereichen noch nicht. Ist der Navi fürs Leben Workshop trotzdem etwas für mich? Absolut. Nämlich genau darum geht es. Genau darum geht es im Navi fürs Leben Workshop, dass du deine Ziele findest, dass du sie definierst. Und du musst sie nicht klar haben, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Weil genau das machen wir ja im Navi fürs Leben Workshop. Wir gucken uns deine Ziele aus. Wir gucken, welche Lebensbereiche für dich wichtig sind, welche in Frage kommen und wo du dir Ziele setzen solltest. Das ist ja auch nochmal wichtig. Und genau das machen wir. Also überhaupt nicht wichtig, dass du schon Ziele hast. Die finden wir im Workshop. Dafür machen wir das Ganze ja. Dann eine ganz interessante Frage, die wirklich fast immer gestellt wird. Wie viele Teilnehmer nehmen an den Veranstaltungen teil? Also wenn wir jetzt über die Präsenzveranstaltungen sprechen. Das ist unterschiedlich je nach Ort. Wir machen den ja immer an ganz, ganz besonderen Orten. Also nicht in irgendwelchen Tagungshotels, die irgendwie 0815 sind, sondern es ist in Kärnten, einem Gebirgssee auf 1800 Meter Höhe oder wir sind in einem ehemaligen Kloster. Also ganz, ganz besondere Orte. Und es sind zwischen acht und zwölf Teilnehmern. Also eine kleine Gruppe, sodass man sehr individuell arbeiten kann und vor allem die Ruhe hat, da auch richtig einzutauchen. Nächste Frage. Macht es Sinn, das Navi fürs Leben als Paar zu buchen? Also Ehepaare oder Paare generell? Kann man machen. Haben schon viele gemacht. Also ich hatte schon viele Paare bei mir im Workshop. Und wenn man sagt, das ist auch was für meinen Partner, bringt den mit. Klar, habe ich schon häufig gehabt. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn man da eh ein sehr offenes Verhältnis hat und den Ehepartner oder dem Partner an seiner Lebensvision teilhaben lassen möchte und ihm mal zeigen will, das will ich in meinem Leben erreichen und das auch umgekehrt bei seinem Partner gerne sehen möchte, macht es durchaus Sinn, das auch als Paar zu machen. Also wenn ihr darüber nachdenkt, das als Paar zu machen, haben schon etliche Paare gemacht. Kann ich euch nur empfehlen. Und sogar ganz oft hatte ich sogar Eltern mit ihren Kindern, dass sie gesagt haben, boah, hier, das war für mich, ist für mich toll. Möchte ich auch, dass mein Sohn, meine Tochter das macht. Hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon Eltern, die hinter ihre Kinder geschickt haben, aber auch dies zusammen gemacht haben. Wie kann der Workshop, also nächste Frage, wie kann der Workshop mir dabei helfen, meine persönlichen Werte und Lebensziele zu erkennen und zu verfolgen? Ja, ich möchte jetzt, kann jetzt hier nicht in so einer kurzen Frage, Last Folge, alle Techniken natürlich verraten oder darauf eingehen, die wir da nutzen. Das ist natürlich über die Jahre natürlich entstanden. Ich hatte vorher das ja gemacht. Ich mache das übrigens mit dem Navi fürs Leben persönlich seit 15 Jahren und habe mir natürlich Techniken angeeignet, wie ich das schaffe. Ich selber habe ja ganz, ganz viele Workshops besucht. Ich habe über 30.000 Euro in meine persönliche Fortbildung investiert, um dann hinterher da rauszukommen mit dem Navi fürs Leben, was ich dann für mich entwickelt hatte vor 15 Jahren und dann vor sieben Jahren habe ich ja mal angefangen, das anzubieten, weil ich hatte viel darüber gebloggt und viel darüber geschrieben und auch Videos und Podcasts dazu gemacht, dass die Leute sagten, man, so etwas hätte ich auch gerne und dann habe ich ja einen Workshop dazu angeboten und der hat natürlich sich immer weiterentwickelt und da gibt es die Techniken und die Tools, wo du genau das, wo du deine Lebensziele erkennst, deine persönlichen Werte erkennst und wir machen das ja auch nicht, du machst das auch nicht mit dir alleine, das ist auch ganz wichtig, du hast Reflexionsflächen, das heißt, wir machen Gruppenarbeiten mit anderen, du hast mich als persönlichen Coach, dann auch als Ansprechpartner, es gibt auch vier Augengespräche dann während des Workshops mit mir, die du dann nutzen kannst und solche Sachen, also du hast dann auch Reflexionsfläche, Sparringspartner, um das dann auch zu hinterfragen, aber das ganze Konzept hundertfach erprobt und es funktioniert, du wirst auf jeden Fall Ziele und Werte erkennen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, jetzt noch zwei Fragen, die vorletzte. Welche Methoden werden vermittelt, um mein Privatleben besser zu organisieren und zu planen? Also, wenn wir jetzt über Methoden sprechen, ja, also so Organisationswerkzeuge oder Tools oder sowas, da machen, das kratzen wir nur so ein bisschen an im Navi fürs Leben Workshop. Wenn du nur so Tools brauchst, dann empfehle ich dir meine Fokuswoche, weil da gehen wir Richtung Tools, wie kann ich mich persönlich besser organisieren, beruflich und privat. Das sind aber, ist Organisation. Wir hatten ja eben die drei Kompetenzen im Selbstmanagement. Was war das nochmal? Zielsetzung, Motivation, Organisation und wenn du so über Methoden sprichst, dann höre ich da so Organisationsthemen mit raus, die Tools, die Werkzeuge, die gibt es in der Fokuswoche, gibt es dieses Jahr auch noch einmal im November, findest du auch auf meiner Seite, sonst ist das vielleicht was für dich. Aber, Vorsicht da, wenn du nur mit der Organisation und sagst dir, okay, ich muss mich besser organisieren, ich möchte besser einen Umgang haben, ich möchte meinen Kalender besser strukturiert haben und, 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 und. Wunderbar, aber ohne klare Vision für dein Leben, ohne klare Ziele in deinem Leben wird dir diese ganze Organisation nicht helfen, weil du weißt ja gar nicht, wo du hinarbeiten möchtest und deshalb ist es so wichtig, dass ich eine klare Zielsetzung habe, dass ich eine klare intrinsische Motivation habe und dann kann ich die Tools nutzen, dann habe ich die Methoden und Werkzeuge, um mich dann dahin zu arbeiten. Aber die Zielsetzung und die Motivation, die kommen für mich als erstes und die gibt es im Navi fürs Leben. Also, wenn es dir nur um die Methoden und die Tools geht, guck dir die Fokuswoche an, ganz, ganz tolles Programm, also gibt es einen Online-Workshop, Live-Workshop, Live-Webinare, jeden Tag, eine Woche lang, eine Stunde mit mir in den Tag starten, immer ein anderes Thema, mega erfolgreich, mega zufriedene Teilnehmer, das ist dann das Richtige für dich, aber wenn du sagst, ich muss an meinem Mindset, an meiner Vision, an meinen Zielen, an meiner Motivation arbeiten, dann ist das Navi eher was für dich. Letzte Frage, dann sind wir durch. Bringt mich das Navi fürs Leben nur beruflich weiter oder auch privat? Das Leben besteht aus Beruf und privat und wir betrachten im Navi fürs Leben, das sagt der Name ja schon, das natürlich als Gesamtes, ich sag ja immer Work-Life-Integration, ich mag ja diesen Balance nicht, sondern ich mag dieses Integrationsthema, weil gerade Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige und Führungskräfte, wir haben das Thema, dass unser Beruf einen Großteil unseres Lebens einnimmt, aber nicht alles ist, aber den können wir ja nicht außer Acht lassen, wir können uns ja nicht nur um das Private kümmern oder nur um das Berufliche, das wäre ja Quatsch, sondern meine Lebensvision muss ja beides beinhalten, ich muss ja meine Arbeit und das Privatleben integrieren in diese Lebensvision und genau darum geht es, also es geht nicht nur um Privates, es geht nicht nur um Berufliches, sondern es geht um dein Leben als Gesamtes, dieser ganzheitliche Ansatz, der mir super wichtig ist und der diesen Workshop auch so erfolgreich macht. Ja, wunderbar, das waren sie, eure Fragen, das ging ja relativ schnell, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht in das Dunkle des Navi fürs Lebens bringen, da ist ja, denkt jeder, oh Navi fürs Leben, was ist das, das hört sich so mystisch an, aber ist es überhaupt nicht, ist es ein Hands-on-Workshop, nur wo ganz klar hinterher eine Vision, ein Vision Board für dein Leben rauskommt. So, solltet ihr noch Fragen haben, schreibt mir eine E-Mail, fragt lars at larsbobach.de oder schreibt hier unten in die Kommentare bei YouTube, vielleicht habe ich ja die ein oder andere Frage noch nicht beantwortet, dann schreibt mir, aber auch, wenn ihr zu anderen Themen, zum Fokus-Thema, zu den Methoden-Themen oder auch zum Business-Cockpit, also Fokus für mein Unternehmen, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail, schreibt einen Kommentar, ich freue mich drauf und vielleicht lerne ich den einen oder anderen von euch ja mal persönlich kennen in einem meiner Navi fürs Leben Workshops. Mich würde es freuen und bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.